Vielleicht soll ich dann langfristig doch ein Fluss Oeffer kochen, damit mir sowas, was da passiert ist, nicht nochmal passiert. Oder vielleicht nicht einfach Rezepte das erste Mal kochen, wenn es gleich andere Leute essen sollen. Naja, hast du ihn erlernen? Wobei, haben wir hier auch gelernt, auch nicht wirklich. Oh man, es gibt schon echt sehr, also ich hab schon echt viel Mist gebaut in dieser Welt. Also jetzt in mein Grab. So, und jetzt ist es endlich soweit. Das Belt, das Belt ist ein Ferg, genau. Ich kann nicht mehr reden. Der Berg ist in das Feld integriert. Beziehungsweise das Feld in den Berg. Beziehungsweise ihr wisst eh, was ich meine. Und das sieht sehr komisch aus, dieses Loch hier. Ich glaube, fast da oben müsste man einen Aussichtsturm hinten bauen. Das sieht, denke ich, dann ganz gut aus. Ähm. Jetzt muss ich hier nichts mehr was anderes machen. Also hier sind die ja dann ein höher. Da ist hier der Wasserkraben. Dann kommen hier die die Zaunschicht hin. Ja, es passt doch eh super. Kann ich jetzt genau hier die Zaunschicht ziehen? Gut, mach ich das doch mal. Dann noch eins drunter vielleicht, äh, noch Koppelzonen legen. Weil da ja was nicht hin muss. Ja, das Wichtigste ist jetzt erstmal hier alles einzäunen. Damit, ähm, keine Mobs mehr spawnen. Der Rest ist dann erstmal relativ egal. Eigentlich. Also nicht wirklich. Egal, aber nicht mehr so relevant für die Funktion des Feldes, sag ich mal. Dass das auch ein Fake bleibt. Weil solange da alle Nasen lang ein Viecher drauf rumspazieren, wird das Feld kein Feld bleiben, sondern irgendwas anderes. Weil die ganzen Viecher drauf rumstolzieren und, äh, die Felder kaputt trampeln. Und das will ich jetzt eigentlich auch eher weniger. Und deswegen müssen da überall Zäune drum rum. Und deswegen bin ich auch froh, dass es die Zäune schon gibt. Faszinierend. Man sieht genau, welche Chunks ich überhaupt geladen habe. Da hinten, als ich da so einen Berg gewerkelt habe. Weil hier vorne ist absolut nichts grün. Auf dem Feld. Ich ziehe genau die Chunkgrenze. Das ist schon auch sehr dämlich. Das ist schon, das ist jetzt wirklich genial. Das ist ein sehr interessantes Bild. Und da unten ist es... Hey, was? Da unten ist es halt schlagartig auch zugewuchert, ne? Das ist noch so, als ob hier irgendwo die Grenze war. Ja, ist jetzt auch egal. Dieser Höhlen-Sound. Ja, der liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir halt genau drunter sind. Das andere Problem, was ich jetzt aktuell noch habe. Äh... Ich muss hier... Ich muss hier... Ähm... sehen und nicht, was ich mache. Ähm... Weil... Die Bodenebene das Problem hat, dass da ne Wand hinkommt oder irgendwas. Weil ich da kein so Loch kramen kann wie... Gut, das da hinten sieht man jetzt gar nicht. Bringt also sehr viel davon zu reden, wie es auf der anderen Seite des Feldes aussieht. Wenn es... Nicht sichtbar ist. Das ergibt auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ähm... Gut. Wieso ist hier ein Cobblestone? Ich weiß es nicht. So. Ähm... Das müsste man natürlich noch rausfinden, auf welcher Höhe man eigentlich hin muss. Also... Ähm... Okay, dann hier. Drei Höhe. Also hier so. Da muss die Zaunggrenze hin. Gut. Ich muss eigentlich eh auf die andere Seite, weil ich die Zäune noch holen muss. Kann ich eh... Kann ich jetzt eh gleich super machen. Dann kann ich gleich wieder vor, um die Zäune zu platzieren. Auf der anderen Seite brauche ich ja eigentlich den Zaun sowieso nicht wirklich machen, weil... da ist ja eh... äh... nicht erhöht, sag ich mal. Ähm... Puh. Ich weiß nicht, ob ich hier so ein kleines Wegerl mache. Wenn dann wahrscheinlich eins aus... Kies. So ein kleines... So ein kleines verlaufendes Kieswegchen. So zwei... Blöcke vielleicht mit ein paar... Äh... Verwachsenen Rändern... Äh... Hier hinterlegen. Dass wir dann von dem Weg dann quasi hier runter können. Also jetzt nicht so runter, äh... Sondern... Hier hinter meinte ich. Da dann in dieses Tal. Ich weiß noch nicht, was wir da hinten noch irgendwann bauen. Aber auf jeden Fall irgendwann definitiv, äh... Bahnen... Also so... Da hab ich auch noch ein bisschen dabei. Und selbst wenn auf der anderen Seite drüben ist es noch so viel Erde... So erst mal die Zäune. Zäun, 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 Zäun. Zäun. Und eine Rose. Da ist die Rose. Da holen wir jetzt noch die Axt mit. Äh... Und dann gehen wir... Wieder hoch. Es ist super. Also... Phänomenal. Ich muss hier drin übrigens auch noch die Wege ausbauen. Fällt mir gerade auf. Und pflügen. Und vorher noch sehr viele Sieds holen. Aber davon muss ich erst das ganze Feld anzäunen. Und alle Nebewesen töten. Und die da drin aktuell noch hier... Dings. Ich muss so viel machen. Das krieg ich gar nicht alles hin. So. Ja. Ja. Hier muss ich dann erst mal hoffen, dass alles grün wird. Ja. Wird früher oder später eh dann. Hier muss dann halt alles grün werden. Dann haben wir hier so einen Weg können. Der halt aber auch nicht ganz gerade läuft. Sondern halt ein bisschen schlangenlinienförmig. Damit alles ein bisschen natürlicher aussieht. Und nicht alles so extrem schnurgerade. Und damit ich dann halt... Mit einem kurvigen Weg kann ich viel schöner eine... Noch eine kleine Hügelkante anlegen. Die diese beiden Berge dann miteinander verbindet. Bzw. hier vorne wird es eh relativ flach. Nämlich dann auf dieses Bergniveau komme. Und dann hier irgendwie so... Schauen, ob ich in der Natur irgendwelche Grenzen finde. Mit denen ich... Hier einigermaßen schön was machen kann. Oder was natürlich auch geht. Ich lege hier ein riesiges künstliches Hochplateau an. Und schaffe damit hier unten ein Nationalpark für diese Bäume. Kann man dann sehen, welche Blatttypen im Verlaufe dieses Let's Plays noch hinzukommen. Das ist bestimmt dann auch interessant zu sehen. Nun erstmal zu dem, was wir hier gerade machen. Nämlich Erde setzen. Bestes... Beschäftigung ever. Ist natürlich auch wieder toll, dass hier in den Zäunen kein Grün wachsen wird. Ah, es ist eigentlich auch relativ egal. Interessiert eh keinen. Äh... 50! So, äh... Und jetzt hier... Wieder mit dem typischen Fortsatz arbeiten. Weil man ja keine Zäune aufeinander stapeln kann. Was... Warum auch immer. Du kannst... In dieser Minecraft-Version kannst du noch nichts richtig einzäunen. Weil diese Mechanik nicht funktioniert, dass man... Also nicht direkt funktioniert. Stell dir mal vor, Zäune würden sich abbauen, wenn man die unter ihnen entfernt. Wie dumm wäre das denn? Ich meine, bei manchen Sachen ist es so zum Beispiel Fackeln. Stell dir mal vor, Zäune hätten die gleiche Mechanik wie Fackeln. Das ist ja furchtbar. Da könnte... Da könnte das, was ich gerade hier machen, könnte man nicht. Geht nicht. Und das wäre natürlich schade. Ach, warte. Hier ist ja eh das, wie... Die Ebene hier ist, ja. Da muss ich die ganzen Bäume mal abfällen. Ich finde es auch toll, dass die Zäune unten drin anscheinend keine Textur haben. Soll einfach nur schwarz sind. Wurde sehr sauber gearbeitet. So, hier muss dann eine Tür rein. Warte, es gibt doch mittlerweile schon Wund... Also so Holzstufen, ne? Ich habe... Ich habe eine coole Idee. Das funktioniert. Aber einen Zaun kann ich hier nicht draufstellen. Das ist schon sinnvoll. Und natürlich kann man den Zaun auch noch mit nichts schnell abbauen. Finde ich auch sehr sinnvoll. So, aber dann würde ich vorschlagen, machen wir hier oben nicht so einen kleinen Eingang. Machen hier eine Tür rein. Dann hier oben drauf noch... Slaps. Dass wir hier quasi so einen kleinen Eingang haben. Oder Slap, Treppe, Slap oder so. Also irgendwas in die Richtung. Ich denke, das dürfte dann... Das müsste eigentlich recht cool aussehen dann. Was passiert, wenn ich jetzt hier einen Zaun... Nein, also man kann einfach nur keine Zäune auf Zäune setzen. Offiziell zumindest nicht. Offiziell geht das irgendwie sehr gut. Kann man Zäune in die Luft setzen? Nein. Dann heißt das quasi, man kann Zäune nicht in die Luft setzen. Und ein Zaun zählt dann irgendwie... Teilweise als Luft. Ich interpretiere das jetzt einfach mal so. Ist das wahrscheinlich von einem eigentlichen... Äh... Grund, warum das nicht geht, meilenweit entfernt. Aber das ist mir jetzt... Persönlich erstmal sehr egal. Na gut. Zäune haben wir jedenfalls im Moment noch genug dafür. So... Hier wieder die Zäune. Da muss ich mir auch noch was überlegen, wie ich das hier oben mache. Also entweder einfach... Ich glaube Tiere, also diese Schweine und Kühe, das was man hier jetzt alles sieht, das spawnt, äh... Glaube ich... Nur auf Gras. Und deswegen, wenn ich hier einmal kurz alles zur Erde umgewandelt habe, sollte dann hier auch nichts mehr drin rumlaufen können. Das kann ich aber halt erst machen, wenn alles... Eingezäunt ist, dass keine Tiere rein... Also es... Nichts anderes nachkommt. Weil Wasser kann ich jetzt eher noch etwas schlecht, äh... Alles reinsetzen, weil... Das flutet mir alles und dann ist... Äh... Hätte ich mir die ganze Begrünung hier eh sparen können. Ich habe extra gewartet, dass das hier alles... Mit Grün eingegrünt ist. Weil ich dann Seeds bekomme. Wenn ich das abernte. Das ist dann doch ein relativ verlockendes Angebot. So wie viele Ergänge haben wir eigentlich? Äh... Nein. Sind es fünf? Ja, es sind fünf. Gut, das heißt, ich brauche zehn Türen. Und... 30... Slabs. Das kriege ich hin. Dann nehmen wir uns mal hier oben die Birken. Brauche ich eh nicht. Ich finde nämlich, dass dieses Holz mit, äh... Eins zum so bauen, äh... Nicht sehr toll aussieht. Höchstens vielleicht so als, äh... Tapete, aber... Sonst finde ich es relativ wurchtbar. Ehrlich gesagt. Ähm... Ja. Bis zum nächsten Mal.